Hallo, wir sind die Bewegung Leipzig. Am 1. August ist es soweit. Das Ende der Pandemie und der Tag der Freiheit. Jede Stadt, alle Initiativen. Versammeln sich am 1. August. Um 11 Uhr am Brandenburger Tor. Und dann laufen wir zum ARD-Sendezentrum. Alle zusammen. Und zum Deutschen Bundestag. Und schließlich zur Großdemo am Tempelhof verfällt. Aha. Denn wir sind nicht weniger. Wir sind weniger. Berlin, wir fahren nach Berlin. Berlin, 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 Berlin, Berlin. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank.